Wie ist der Biergarten der Inselmühle? Wir haben im Mönchner Westen eine ganze Reihe sehr attraktiver Biergärten, etwa beim alten Wirt in Obermenzing, in Langwied draußen, auch bei der Deutschen Eiche oder auch in Allerhand der Skistädte. Heute befinden wir uns hier im Biergarten der Inselmühle, eine alte Mühle, die sehr schön saniert worden ist und auch ein sehr schönes Hotel beherbergt. All diese Biergärten sind Oasen der Erholung, aber auch der Geselligkeit. Man kann sich zusammensetzen, miteinander reden. Und ich sitze jetzt hier mit dem Bezirksausschussvorsitzenden von Allerhunter Menzing, der Heike Keynes. Und weil in Bayern immer auch am Stammtisch Politik gemacht wird, werden wir uns jetzt ein Weißbüel bestellen und eine Brotzeit machen.